Man sollte auch sein Alltagsleben genießen. Ich arbeite als Angestellter im Büro. Altenpflege wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Er arbeitet seit kurzem als Altenpfleger. Was darf ich dir anbieten? Dieses Reisebüro bietet viele Reisen an. Dieser Anbieter ist am billigsten. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor der Prüfung. Er ist sehr ängstlich, obwohl er intelligent ist. Du musst dein Auto anmelden. Klicke hier zum nächsten Video.